Guten Abend beim Wetter. Ganze 40 cm Neuschnee gab es heute, aber nicht bei uns, sondern in Istanbul, in der Türkei, gleich mehr dazu in der ZIB 20. Wir schauen uns das Wetter für morgen Sonntag an. Es schneit entlang der Alpen-Nordseite. Bitte beachten Sie die Lawinengefahr. Es gilt Warnstufe 3. Bleiben Sie auf den gesicherten Pissen. Im Süden ist es die meiste Zeit trocken und sonnig und hier am mildesten bei plus 2 Grad. Am kältesten ist es im Wald- und Mühlviertel. Letzte Schneeschauer klingen dann am Montag ab. Dann scheint auch die Sonne. Dienstag gibt es ein bisschen Frühnebel. Der lichtet sich rasch und dann scheint auch die Sonne. Aber es wird auch deutlich kälter. Und das zeigt uns jetzt der 15-Tage-Trend für Graz. Am Dienstag geht es eben mit den Temperaturen bergab. Aber ab Freitag wird es dann wieder milder. Und dann entsprechen die Temperaturen auch der Jahreszeit. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend.